hallo freunde vom kanal pvp ok und heute gibt es mal wieder etwas mit gewitter und blitze ich habe mal versucht wiederum webcams in europa zu finden oder in deutschland wo man blitze aufnehmen kann gewitter beobachten kann etc geht nicht so einfach probiere selber mal ausschreibt den kommentar rein wie schwierig oder wie leicht es das ist als erstes kommt pop hat das ist am rhein als zweites kommt dann frankfurt mit seiner skyline und ganz zum schluss kommt dann bei der insel rab oder auf der insel rab war in der nähe ein gewitter und da habe ich auch ein paar slow motion eingearbeitet also kopfhörer auf musik an lautsprecher aufdrehen und dann wünsche ich euch viel spaß bei dem gewitter video und tschüssi kopfhörer kopfhörer korn Mireles korn 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 Untertitelung des ZDF, 2020